Willkommen zurück zu Splinter Cell. Wir müssen immer noch die Wissenschaftlerin retten. Okay, die sind irgendwo hier unten. Verflucht, wie komme ich denn hier rein? Okay, die lauern hier. So. Okay, wir markieren sie. Das wird pure Magie. Ich kann nur sagen, beinahe so wie Cheaten. Wieso denn, Sam? Rief doch super eben gerade. Ich weiß nicht, wer sie sind und was sie hier wollen. Aber danke. Die wollten es mich. Etwa 100 Meter von hier wurde eine EMP-Waffe aufgebaut. Sie soll heute Nacht aktiviert werden. Wie verhindere ich das? Gar nicht. Es gibt zwei Generatoren. Sie werden aktiviert, laden das Gerät auf und dann erfolgt die Entladung. Und der Haken? Wenn einer der Generatoren deaktiviert wird, verursacht der andere sofort eine Entladung. Und einer reicht aus, um zu feuern. Dann muss ich sie also gleichzeitig deaktivieren. Okay, die Lady hätten wir gerettet. Was haben wir hier drüben? Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Kriegen wir auch alleine hin. Okay, Moment. Ich würde sagen, wir nehmen mal die hier wieder mit. Obwohl man sie nie braucht. Komm ich hier hoch? Da fing es dann an, etwas kompliziert zu werden. Sarah wurde aus welchem Grund auch immer misstrauisch. Ich konnte sie dazu überreden, in den Hubschrauber einzusteigen und sie zu Sam bringen. Aber die Gleichung hatte zu viele Unbekannte. Und Sam hatte keinen blassen Schimmer davon, was ihn erwarten würde. Eine Markierung der Generatoren, damit man sie aus der Luft vernichten konnte, das war dabei noch die leichteste Übung. Und dann, was ich ja muss nach deinem Film? Ja, bis zu Hause. So- Das war's. So- So- Das war's. So- 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 Okay, an dem Punkt stellt man sich doch die Frage, woher nehmen sie das ganze Personal? Ah. Okay, mal sehen. Oder wir dich killen. Na komm her! Damit hätte ich Energie. Hey, der hat keinen Helm. Oder wir machen die Nummer. Nein, 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 nein. Ich wurde gesehen. Ich brauch die Rolle und ich muss ganz schnell hier weg. Boah, was für eine miese Nummer. Wie viele haben wir denn hier? Einer, zwei... Alles durchsuchen. Ziel finden und neutralisieren. Okay, die Lage wird wieder ruhig. Tut mir echt leid. Nicht. Das läuft nicht mehr. Diesmal nicht. Dieser Fischer lädt noch. Habe ich die ganze Bande? Nee, da drüben rennen noch mehr rum. Das wird eine ganze Weile dauern, bis ich hier durch bin. Erstmal den hier. Der hat keinen Helm. Das läuft anders als am Fluglärm. Scheiße! Hat einer von euch Sichtkontakt zum Ziel? Oh! Okay, das war's. Das war interessant. Oh, no, 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 no. Das läuft nicht mehr. Diesmal nicht. Da rennen noch mehr rum. Wir wollen hier hin. Aber hier drüben können wir gar nicht durch. Hey, Fischer! Komm her! Sieh mal, was ich hab! Okay, das hier drüben könnte ein Problem werden. IMP wäre eine Lösung. Hey, Fischer! Komm her! Sieh mal, was ich hab! Geht das Ding hier von alleine oder bedient der das? Ja, das scheint es zu bedienen. Alles klar, deaktiviert. So, kommen wir rein. Weg, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wer hätte damit gerechnet? Was ist denn los? Sie speisen die EMP-Waffe über zwei Generatoren. Ich muss sie gleichzeitig zerstören. Habe aber kein C4 mehr. Marke hier ihre GPS-Koordinaten. Mal sehen, was ich machen kann, wenn ich da bin. Alles klar. Okay, das wird die nächste miese Nummer. Checken wir mal die Lage. Oder auch nicht. Wie soll ich das hier machen? Wir könnten hier eine Explosion machen. Oder wir machen hier die Fähigkeit. Ein, zwei, drei, vier. Dann hätten wir die Seite hier drüben weg. Ich muss nur irgendwie näher rankommen. Denn von hier trifft man niemanden. Und wie man sieht, die sehen mich überall. Egal, wo ich hingehe, die sehen mich. Ich muss irgendwie hier drüben hin. Okay, Plan B. Mal sehen, wo ich hier hinkomme. Na, von hier unten sollten wir hier oben hinkommen. Damit könnten wir drei wegholen. Der eine da hinten, der bewegt sich. Hm. Bleibt er hier stehen? Und er dreht ja seine Runde. Nee, der kommt wieder. Aber der andere geht weg. Komm schon, Timing. Na gut. Dann muss es so gehen. Oh, Mist. Okay, schnell hier runter und schnell hier drüben hin. Komm schon, komm genau zu mir. Noch ein kleines Stück. Oh, jetzt haben wir den. Noch ein kleines Stück. Noch ein kleines Stück. Keine Spur vom Ziel. Sieht ihn jemand? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ups. Ups. Kein Lichtkontakt zur Zielpässe. Gar nicht gut. Noch nichts. Sieht jemand das Ziel? Na? Wer hätte das gedacht? Okay, damit hätten wir alle. Zeit abzuhauen. Oh, shit. Oh, nein. Versteckst du dich, Fischer? Willst wohl das Feuerwerk sehen? Attacken. Okay, ich muss hier raus. Ach, die haben wieder alles. Granaten. IMP. Okay, Rambo-Style. Ich hab keine andere Wahl. Okay, ich muss hier raus. Oh, die Rolle rettet wieder mein Leben. Hui. Mann, was für ein Trupp eben gerade. Da kamen sie alle raus. Okay, Leute. Das ist ganz einfach. Ein paar von euch haben sicherlich gehört, dass Sam Fischer hier irgendwo ist. Soweit uns das betrifft, ist das von keinerlei Bedeutung. Wenn dieses wundervolle Gerät losgeht, haben wir einen Job zu erledigen, den wir auch erledigen werden. Eure Befehle haben Priorität. Haben wir uns verstanden? Solltet ihr Fischer sehen, könnt ihr ihm meinetwegen voll Blei pumpen. Jetzt beeilt euch. Los, die Uhr tickt, Leute. Gefällt mir nicht. Gebe ihm Zeit. Die sind vermutlich nur gründlich. Oder längst tot. Hast du Schüsse gehört? Ich hab keine gehört. Was soll das denn heißen? Wenn unsere Jungs und diese Fischer noch am Leben wären, würden sie auf ihn schießen. Stimmt? Stimmt. Und wenn keiner schießt, dann bedeutet das, dass entweder sie oder er tot sind. Wenn sie ihn erwischten, hätten sie was gesagt. Scheiße. Dreckt. Wow. Wow. Und schon sind wieder alle tot. Wow. Okay, so hört man immer, ob noch jemand rumrennt. Aber ich hab keine Energie mehr. Hey, die Dinger hier oben, die sind so schwer zu treffen. Was war denn das eben gerade für ein merkwürdiger Sprung? Ich kann Fischer nicht sehen. Wir müssen ihn endlich ausschaffen. EMP und wir machen die Rolle hier drüben hin. Rolling, rolling, rolling. Einer muss hier sein. Ich kann es immer noch. Er kann es immer noch. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Das reicht, den mach ich kalt. Suche mal, ich spüre. Oh, Scheiße. Da muss er sein. Er ist da drüben. Irgendwo da drüben. Bereich ist zu heiß. Stellung halten. Sam Fischer, versteck dich beim alten Reservoir. Position halten. Bleibt wachsam. Einer mit Helm. Sammeln und auf Vorstoß vorbereiten. Und sie wissen, wo ich bin. Los, los, los. Komm schon. Wir kriegen dich. Komm. Oh, Scheiße. Nein. Yes. Boah, beide weggeholt. Okay, hier ist niemand mehr. Das war wieder so eine Aktion. Erstmal checken. Nein. Nein. Vielen Dank.